Dart ist eine der boomenden Sportarten, die in den letzten Jahren ausgehend von England einen Siegeszug über die ganze Welt angetreten hat. Die elektrische Dartscheibe sowie das klassische Modell aus Sisal erfreuen sich hierzulande großer Beliebtheit. Dieser Präzisionssport lässt sich mit Freunden und Bekannten spielen. Es geht darum, mit etwas Geschick und Strategie, Koordination und Feingefühl die richtigen Segmente auf dem Dartbrett zu treffen, um als Sieger aus dem Dartspiel hervorzugehen. Das erste Produkt auf unserer Liste ist Bulls Flash Rusbrae Sound Dartscheibe. Alle Dartsfans auf der Welt kennen seine Stimme, der PGC Mastercaller Rusbrae The Voice. Hersteller Bulls hat keine Mühen gescheut und das Modell mit der Nummer 67974 mit der bekannten Stimme des charismatischen Schiedsrichters versehen, der mit seiner rauchigen und extrem markanten Stimme zum bekanntesten und meistgefragtesten Caller bei internationalen Dartturnieren der PDC wurde. Das ist jedoch nicht alles, womit die Dartscheibe punkten kann. 28 unterschiedliche Spielmodus stehen hierbei zur Verfügung, was ebenfalls auf die 243-Punkte-Optionen zutrifft. Bis zu 8 Personen können gleichzeitig mit dieser hochwertig verarbeiteten Dartscheibe Spaß haben. Zum Lieferumfang gehört, neben den 6 Pfeilen und 40 Austauschspitzen, das Aufhängungssystem mit beiliegenden Schrauben. Die Scheibe ist 47x47x10 groß und wiegt knapp 2 kg. Ein Batteriebetrieb ist nicht vorgesehen. Das zweite Produkt ist Ultrasport, elektronisches Dartboard. Ultrasport liefert ein elektrisches Dartboard für bis zu 16 Spieler. Zwei Türen schützen das Brett mit seinen Double- und Trippelfelder vor Staub und Schmutz. Im Inneren dieser Türen stecken zwölf Dartpfeile in vier Farben. Der Computer dieser Dartscheibe bietet 38 Spielmöglichkeiten und unzähligen Varianten. Stellen Sie den gewünschten Schwierigkeitsgrad ein, dann orientiert sich Ultrasport an den Fähigkeiten von Anfängern und Fortgeschrittenen. Direkt über dem Brett befindet sich das große Display, über das Sie die Lautstärke einstellen und die aktuellen Spielstände ablesen. Es liegt im Blickfeld, ohne vom Spiel abzulenken. Die einzelnen Druckknöpfe in grün und in rot ebenso wie der große On-Off-Schalter befinden sich im unteren Bereich auf dem Dartbrett. Haben Sie Ihr Spiel beendet, schließen Sie die beiden Türen und das Dartboard verschwindet aus dem Sichtbereich. Was ist Lieferumfang des Ultrasport-Dartboards enthalten? Neben den passenden Dartpfeilen packt der Händler 100 Soft-Tipps dazu. Die Teile brechen sehr schnell ab, lassen sich aber unkompliziert austauschen. Auch der Stromadapter ist im Lieferumfang enthalten. Die Abwurflinienaufkleber für den Fußboden vervollständigen das Paket. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Best Sporting – elektronische Dartscheibe Coventry. Best Sporting überzeugt mit der elektronischen Dartscheibe Coventry, die zwölf Dartpfeile in vier Farben, den passenden Netzadapter und Ersatzspitzen mitbringt. Wahlweise können bis zu 16 Spieler Spaß an diesem elektronischen Dartbrett haben. Es stehen acht Teamspiele zu je zwei Spielern zur Auswahl. Das macht ein stattliches Portfolio aus 27 Spielen und knapp 160 Varianten. Beliebte Klassiker, wie Cricket, wurden in das Segment mit aufgenommen. Die Lautstärke lässt sich individuell verstellen. Hängen Sie die Platte einfach zu Hause auf, schließen Sie das Netzteil an und legen Sie direkt los. Die Bedienungsanleitung erklärt die ersten Schritte und hilft Anfängern beim Einstieg in das Dart hin. Extras, wie zum Beispiel Game Guard oder ein Cybermatch gegen den Computer, erhöhen den Spielkomfort. Hinzu kommen Master-Out-Optionen, ein übersichtliches Control Center, zwölf integrierte Darthalter und Ablagen, damit keiner der Pfeile und Ersatzteile verloren geht. Das Zwei-Zonen-Bullseye wurde direkt im Dartbrett eingelassen, um das Optimum aus der Trefferfläche herauszuholen und für schnelle Erfolge zu sorgen. Für diesen relativ günstigen Preis bietet Best Sporting einen stattlichen Lieferumfang und punktet mit einer soliden und überzeugenden Dartscheibe für den Hobbybereich. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Best Sporting Exeter elektronische Dartscheibe Best Sporting, elektronische Dartscheibe Coventry. Die Best Sporting Exeter ist eine elektronische Dartscheibe mit zwölf Dartpfeilen und passenden Ersatzspitzen. Im Design ähnelt sie dem bekannten Standard und bietet eine Gesamtauswahl von 18 Grundspielen und knapp 80 Varianten. Der passende Netzadapter ist im Lieferumfang enthalten. Maximal acht Einzelspieler können auf einmal an den Games teilnehmen. Besonders positiv erscheint die extra große Auffangfläche bzw. der schwarze Bereich für alle Pfeile, die daneben landen. Das schont die Rückwand, an der die Dartscheibe hängt. Das Zwei-Zonen-Bullseye sorgt für eine große Zähloberfläche und schnelle Erfolge nach ein paar Übungsstunden. Auf dem LC-Display zeigt das System den aktuellen Spieler und die Punktezahl an. Hinzu kommen eine praktische Double-In- und Double-Out-Anzeige sowie ein Lautstärkeregler, um die Sounds auf die eigenen Bedürfnisse einzustellen oder vollständig umzuschalten. Für Ordnung und Übersicht sorgen die eingebauten Halter und Ablagen an der elektronischen Scheibe. Auf Wunsch stellen sie die Schwierigkeitsstufen auf ihre Fähigkeiten ein, um ihre Dartskills zu verbessern. Im Cybermatch 2000 liefern sie sich spannende Matches mit dem Computer, wenn einmal kein Mitspieler da ist. Ist die Dartscheibe für Kinder geeignet? Nur bedingt. Schließlich sind die Dartpfeile mit einer Spitze versehen. Kleinere Kinder sollten niemals mit den Pfeilen allein gelassen werden. Best Sporting Dartscheibe empfiehlt den Einstieg für Kinder ab 14 Jahren. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Carella 807201 Dartautomat CB90 Best Sporting Exeter elektronische Dartscheibe. Der Dartautomat Carella 807201 CB90 bietet eine erstaunliche Ausstattung, bestehend aus zwölf Dartpfeilen in vier Farben, einer Turnierdartscheibe und einem großen elektronischen Display, das den aktuellen Spielstand jedes Mitspielers anzeigt. Zur Auswahl stehen 38 Spiele und 211 Spielevarianten. Da ist für jeden das Passende dabei. Natürlich gehören auch die beliebten Klassiker- und Casinospiele, Wettbewerbe und Punktspiele zur Auswahl. Darüber hinaus lassen sich die Spiele im Hinblick auf den Schwierigkeitsgrad variieren. Bis zu 16 Spieler nutzen die 5 LED Spielstandsanzeigen und die 4 LED Turniercricketanzeige. Carella hat in den Dartautomaten ein Zwei-Zonen-Bullseye eingebaut, um die Trefferfläche zu vergrößern. Dazu kommt eine Fehlwurflösch-Option, wenn einmal etwas daneben geht. Im Cybermatch treten sie gegen fünf Computergegner an, damit keine Langeweile aufkommt. Die elektronische Stimmansage hilft bei der Orientierung ebenso wie die digitalen Soundeffekte, die sich in der Lautstärke reduzieren oder vollständig ausschalten lassen. Hier stehen acht Stufen zur Auswahl. Besonders praktisch sind die Funktion der Tastatursperre, die Zubehörablage und die eingebauten Darthalter in den Türen. So sorgen sie in Sekundenschnelle für Ordnung in der Wohnung. Suchen sie einen geeigneten Platz für die Dartscheibe und berechnen sie den Abstand zur Steckdose mit ein. Schließlich funktioniert die Scheibe nicht ohne den 220-Volt-Netzadapter, der im Lieferumfang enthalten ist. Die zwölf Softdarts bleiben gut stecken, so riskieren sie nur wenige Abpraller. Der nächste Produkt ist Physionics elektronische Dartscheibe. Physionics liefert eine elektronische Dartscheibe mit LED-Anzeige und zwölf Dartpfeilen sowie Ersatzspitzen. Zur Auswahl stehen 28 Spiele und viele Spielevarianten, die für Abwechslung sorgen. Auf diesem Brett können maximal 16 Spieler gleichzeitig mitmachen und ihren aktuellen Spielstand an der LED-Anzeige ablesen. Der Computer errechnet die Punkte nach jedem Treffer automatisch. Im Lieferumfang enthalten sind 100 Ersatzspitzen, was die Haltbarkeit der Darts verbessert. Hinzu kommen Markierungssticker für den Boden, um die Abwurflinie festzulegen. Das Gerät wird an die Wand montiert. Wer die Rückwand schonen möchte, kombiniert das Board mit einem Holzbrett, an dem die Pfeile, die daneben landen, abprallen. Im Gesamtgewicht bringt das Physionics Startbrett 3 kg auf die Waage. Die Aufbauanleitung ist gut verständlich und in Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch verfügbar. Der nächste Produkt in unserer Liste ist One Concept Must Add Data elektronische Dartscheibe. Die One Concept Must Add Data ist eine elektronische Dartscheibe mit 38 Spielen und 211 Varianten. Diese können allein oder von maximal 16 Spielern genutzt werden. Natürlich gehört der beliebte Spieleklassiker Countdown zur Auswahl. Auf insgesamt vier LED-Displays behalten Spieler den Punktestand im Blick und orientieren sich an dem gängigen Turnierstandard. Die Scheibe enthält die typischen Elemente, die von anderen Dartbrettern bekannt ist. Eine Auswahl der beliebtesten Spiele beim One Concept Must Add Data. Mit diesem Modell ist es laut Hersteller möglich, zu Hause ein Turnier mit insgesamt 16 Dart-Fans zu veranstalten. Und wenn mal keine Mitspieler dabei sind, kein Problem, mit der Cybermatch-Funktion lässt sich einen Computergegner einstellen. Dieser steht in fünf Schwierigkeitsgraden zur Verfügung. Das Display sorgt für eine komfortable Rundumsicht. Preislich orientiert sich One Concept mit dem Must Add Data am oberen Segment, setzt aber hohe Ansprüche an die Qualität der Materialien, die Präzision und die Lebensdauer. Im unteren Abschnitt befinden sich die wichtigsten Schaltknöpfe für alle Funktionen in Blau sowie ein großer On-Off-Button. Die zwölf Pfeile in vier Farben lassen sich nach dem Ende der Spiele in die Innenseiten der Doppelflügeltür stecken. Auf diese Weise kann ganz einfach für Ordnung gesorgt werden. Eine Übersicht zum Lieferumfang des One Concept Must Add Data. 220 Volt Netzteil. 12 Soft Darts. 24 Ersatzspitzen. Bedienungsanleitung. Anfänger-Tipps für erfolgreiches Darten. Wer sich den Einstieg erleichtern möchte, versucht, auf der linke Seite des Dartbretts seine Treffer zu landen. Hier sind im Verhältnis mehr höhere Zahlen angeordnet. Auch wenn das noch keinen Sieg garantiert, umgehen Einsteiger mit dieser Vorgehensweise theoretisch die Eins oder die Fünfte. Das mag wohl ein Grund sein, warum die erfahrenen Spieler hier von der Seite für verheiratete Männer sprechen. Diese würden wohl auch auf Sicherheit spielen. Der nächste Produkt in unserer Liste ist WinMax Elektronische Dartscheibe. Die WinMax Elektronische Dartscheibe hat einen Innendurchmesser von 34 Zentimetern. Sie eignet sich für ein bis acht Spieler und ist mit einem LC-Display ausgerüstet. Auf dem Display sind die Spielstände einsehbar. Es zeigt die Punktzahl für vier Teams mit jeweils zwei Spielern oder die Punktzahl für bis zu vier Einzelspiele an. Zudem ist die elektronische Dartscheibe von WinMax mit 21 Spielen sowie 65 Spielvariationen versehen. Der Betrieb der Dartscheibe erfolgt mittels des Netzstroms. Alternativ besteht die Möglichkeit, das Modell per Batterien zu betreiben. Dadurch ist ein flexiblerer Einsatz möglich. Für den Batteriebetrieb sind drei 2A-Batterien notwendig. Sie befinden sich nicht im Lieferumfang. Das Netzteil liegt der elektronischen Dartscheibe bei. Ebenso zählen zwölf Dartpfeile und 100 Ersatzpfeilspitzen zum Lieferumfang. Weitere Ausstattungsmerkmale des WinMax Boards sind die Sprachausgabe und die Soundeffekte. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.